Musik Willkommen Leute zu einem neuen 3DS Projekt von mir Ja ihr seht richtig, es ist Super Mario 3D Land oder 3D Land, wenn man so will Wenn man so ein Totos übrig hat, dann bleibt da unten so ein hässliches Auspfezeichen Komm, dann schaffst du den Sprung, nein, ich will nicht sterben Ey, ich muss irgendwas Crazies versuchen, sonst wird das nicht sein Hui Oh, 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 nein, nein, komm schon Das, nein, das sehe ich jetzt nicht ein, die Aktion gerade war doch so gut Oh, wir haben sie, ich habe es geschafft Cool Ja, ich weiß, ich mache merkwürdige Geräusche dabei, wenn ich nervös bin oder wenn es so eine coole Situation ist Ja, da muss man ja eigentlich ganz cool bleiben, ne Also, damit sowas vielleicht in irgendein Bestauf kommt, falls jemand wirklich so nett ist und ein Bestauf von uns machen würde Dann, äh, muss man natürlich bei sowas cool sein und das so als, nein, oh Ich bin so ein Trottel, ne Und das alles für das Ah Oh, sorry Leute, ich muss eine kurze Unterbrechung machen und mein, oh, eine Wespe hat mich gerade gestochen Gestochen Oh, das tut ja weh Junge, das ist mein erster Wespenstich, glaube ich Das hat auf einmal so gebrannt Und ich hoffe, ich vergesse es nicht rauszuschneiden, das könnte mich echt Ah, shit Aber das Ich möchte gerne auf den Block Das war gut Ah, nein, nein, nein So früh im Spiel schon abgekratzt, Aaron Ja Oh Haben wir nicht die Halbzeitflagge? Ne, jetzt, jetzt kommt alles zusammen, ne Oh, das Spiel ist ja in der ersten Hälfte noch so einfach Jetzt fang ich schon an Scheiße zu bauen, ich glaub's nicht Okay, dann mach ich einen auf Safe Player hier Die Scheiße, ne, aber Es gibt ja zum Beispiel bei diversen Rennspielen Mario Kartui Ach so, coole Glitches Das bewegt sich so schnell weiter, man Ja, Tanugi, komm her Oh Alter, das ist hier gerade so brennst Nein Ich bin so ein Fail-Bob Und deshalb Geht er jetzt trainieren und so und laufen und ja Nein, oder? Nein, ich bin so ein Horst Fuck Wieso mach ich denn eine Arschbrumme? Damit es schneller geht, ja, cool Uah Ja, ich möchte den Block kaputt machen Das ist mein neues Lebensziel Ja Und das sollte jetzt einfach mal wieder mal cool rüberkommen Und ja, wurde nichts So, auf jeden, vor allen Dingen mit dem Tanukiya Davon kann man eigentlich nie genug haben So, auf jeden Fall haben wir hier unser Ich bin so ein Noob, ne? Der schon eine Zeit in Anspruch nimmt Das kann manchmal Auf sehr Lange Dauer Die Langeweile vertreiben Kann ich mir jedenfalls vorstellen Ich habe einen Weitsprung gemacht So ein Dreck So ein Dreck Ähm, und ja Das gute daran ist halt, dass so tausende von Folgen rauskommen Okay, das ist jetzt natürlich nicht bei jedem so Aber Die meisten Animes Wenn ich das so richtig Mitbekommen habe Haben schon ziemlich viele Folgen Und insofern kann man Die Zeit so gut vertreiben Wie mit keinem anderen Hobby Okay, letzt... Let's gerade ist zum Beispiel auch ein aufwendiges Hobby Aber, darüber Ich bin so ein Noob, ne? Ich bin heute so ein Noob So ein... Ah, Drix Noob Zeit Zack. Ähm. Äh. Bööö. Scheiße. Hm. Ist mir jetzt später aufgefallen, dass die Fontäne einen hochbeferdern muss. Ich bin nach vorne. Ich sieh Starcoin. Hallo? Kann ich auch mal richtig fallen? Es war die dritte, ne? Ich hab gesagt, dass wir die schon beginnen, die Tanuki-Challenge, ne? Oh, wenn nur ich direkt danach sowas veranstalte. Ah, aber dieses dünne Ding. Ja, gut, ne Arschbombe drauf machen hilft jetzt auch nicht wirklich, ne? Ist halt einfach so. Ich kann's ja verstehen. Da unten ist was, ne? Oh, das war aus Versehen. Oh. Hey, ist das so extrem kurz? Ach, da oben ist noch gar nicht Ende. Nein! Oh Gott! Fall in die Zentimeterlücke, Aaron. Fall in die Zentimeterlücke. Ich gucke rum, puste, tut mir leid. Sowas hört sich immer total bekloppt an, wenn man keinen Pop-Schutz oder so. Was? Was war das denn? Nein! Wie schlecht bin ich eigentlich? Wie schlecht bin ich eigentlich? Wie schlecht bin ich eigentlich immer Hug & Blues? Wie schlecht bin ich eigentlich? Wie schön. Wie leicht bin ich mal?" Bis gut bin ich glücklich bin ileunesinnen in diesem Ball? Wie schlecht bin ich McConfụt? Wie schlecht bin ich mal? Vielen Dank.